so versuchen wir es noch mal ja so nicht aber ich habe eine idee jawohl, haben wir es geschafft so, Fähigkeitenbaum ok hm ich will dich ausschalten, kein Problem so das war's ich bin geliefert zu los, komm schon komm schon Arme macht ihn fertig ich bin er immer ich habe ihn wirklich erwischt alter, was ist denn hier los können wir ihn wirklich besiegen? machen wir dem Garten ein Ende reicht's aber mal nein, oh man äh, ihr Säcke schnell, Hilfe Schluss mit Ausraten jetzt reicht's aber mal ja, scann mal ein bisschen die Umgebung hier gute Leistung danke, danke hehehe so hey was ist es oh, das haben wir auch geil gemacht nochmal springen nochmal springen nochmal springen ich hab was gefunden was wissen sie? nichts von Cordova ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war dann sind wir im Vorteil noch ah, schade ja ja ja, mit der Zeit geht's ja, ne mit dem bisschen übt boah, hält der doch kommt die da aus dem Loch gekrochen und noch mal ne reicht's aber wir sind ja nur grad noch außen ja, das freut mich hm hm gehen wir mal hier lang gehen wir mal hier lang hm 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 Okay. Okay, so, dann machen wir hier wieder Schluss und sehen uns beim nächsten Teil.